Egal wo, Simon Brunner hebt überall ab. Dass der 25-Jährige mit dem Parcoursport begonnen hat, ist sofort zu merken. Seine Bekanntheit im Internet ist allerdings durch seine Videos von Sprüngen von Brücken, wie hier am Silvensteinspeicher, blitzartig angestiegen. Mein krassester Sprung war tatsächlich einer meiner ersten. Der war direkt am Wolfgangsee in Salzburg. Das war der höchste Sprung, der war 27 Meter. Mittlerweile ist Simon als bayerischer Saltokönig berühmt geworden. Schon mehr als 60 Millionen Klicks haben seine Clips bekommen. Dabei ist er kein wilder Draufgänger und weiß, dass das nichts zum Nachmachen ist. Ich gehe so jeden Abschnitt von meinem Salto nochmal so ein bisschen im Stand durch und bewege mich so ein bisschen, nehme das Ganze im Kopf durch. Dann schmeiße ich einen Stein runter, dass die Oberfläche bricht und dass das Wasser besser sichtbar ist. Weil wenn es zu still ist, dann verwechselst du es mit dem Himmel, wenn es dich drehst und nicht mehr schaust. Und dann bereite ich mich mental vor. Ich brauche meistens so 30 Sekunden und dann kommt der Sprung. Richtig professionell betreibt Iris Schmidbauer das Klippenspringen. In diesem Jahr wurde sie Europameisterin. In der Red Bull Cliff Diving World Series springt sie seit vier Jahren mit. Beim vorletzten Tourstopp in Apulien sprang Iris Schmidbauer auf den siebten Platz. Dass wir immer diese Challenges haben, entweder es ist kalt oder windig oder wir springen im Regen und aber immer an atemberaubenden Sätzen, wo man sonst nie hinkommen würde. Und deswegen liebe ich den Sport so sehr. Es ist nicht langweilig irgendwo im Schwimmbad, wo immer alles gleich ist. Profi ist Simon Brunner noch nicht. Doch der Student hat durch seine Erfolge in der TV-Show Ninja Warrior Medienerfahrung gesammelt. Das muss jetzt nicht unbedingt nur im Bereich Klippenspringen sein. Ich bin ja auch aus dem Parcours. Dass ich einfach im Bereich verrückte Saltos mehr so ähnliche Videos raushau, um damit mehr Reichweite zu generieren und dass ich den Leuten ein bisschen Freude bereiten kann beim Zuschauen. Es wird sicher nicht lange dauern, bis es neue Clips von Simon Brunner gibt. Denn still sitzen ist einfach nicht sein Ding.